Ich finde, du spielst gar nicht so schlecht. Ja, finde ich auch. Ich kann zum Beispiel nicht so gut... Danke, danke. Wir begrüßen jetzt einen weiteren Gast auf der Bühne mit einem Klassiker. Okay, jetzt geht's los. Okay, pst. Mach leer! Okay, jetzt geht's los. Ich begrüße mich auf der Bühne, für weiter. Ich hab's ehrlich drauf. Eins, zwei, drei, vier. Ich begrüße mich auf der Bühne. Einen meiner ältesten Freunde, der jetzt noch kommt. Und dann geht die Partei in die Luft. Hier ist die Säulemann. Wir spielen nachher auch noch was Gutes. Lass mal wieder rübersetzen, alles zusammen. Uno! Komm mal rüber. Ja. Komm mal rüber.